so und damit herzlich willkommen zurück zu nur einer neuen session ich hoffe man hört keine hintergrundgeräusche meine tochter ist gerade essen wie gesagt könnte man ein bisschen hören aber ist bei mir halt ebenso ja was wollte ich jetzt sagen wir machen einfach weiter da wo wir stehen bleiben sind ich hoffe ich hoffe das ist so ziemlich an der gleichen stelle aber ich habe es versucht dass es so ist so wir sind vor 14 monaten hier angekommen und direkt auf eine wolke dunkler energie gestoßen die uns vom kurs abbrachte die kennen wir dann werden sie auch verstehen warum wir sie die geißeln wir haben mehrere bereiche der station verloren es gab zahllose tote wir hatten keinen strom keine lebensmittel monatelang herrschte nichts als chaos letzten endes kam es zu einem bewaffneten aufstand als die ordnung wieder hergestellt war wurden die rebellen verbannt wir nennen sie exilanten ist jetzt wieder alles unter kontrolle nicht mal andern aber vielleicht liegt das schlimmste ja hinter uns schließlich sind sie jetzt hier keine nachricht von den anderen passt wir sind da gehen sie schon mal vor ich überprüfe die sicherheitslage sie sollten wissen dass einige unserer anführer gestorben sind wir versuchen sie so gut es geht zu ersetzen wir sollten uns sofort zum dienst melden und niemand hat überhaupt noch mit einer arche gerechnet sämtliche andock prozesse sind im grünen bereich bereithalten für einspeisung der hyperion energie die crew der hyperion viel glück ich bin jaren ten direktor der initiative sie können sich nicht vorstellen wie froh wir über ihre ankunft sind wir wissen was passiert ist und sind bereit zu helfen wir können jegliche vorräte brauchen essen wasser uns mangelt es an allem das ist foster edison sie leitet die kolonialverwaltung wo ist ihr paar finder steht vor ihnen sie sind nicht alle greide mein vater ist tot ich bin seine nachfolgerin alec ist tot sie müssen verstehen die gesamte initiative droht zu scheitern keine der goldenen welten ist bewohnbar und wir haben nichts von den anderen archen gehört was ist mit ihm wissen wir nicht und unsere vorräte sind fast erschöpft wir haben sie schon rationiert aber lange halten wir nicht mehr durch wir müssen neue ressourcen finden aber dafür brauchen wir leute wir können sie erst wecken wenn sie einen ort zum leben haben eine goldene welt wir brauchen mehr denn je ein paar und jetzt sind sie es rider sind sie dem gewachsen naja falls nicht war unsere ganze reise umsonst falls nicht sind wir alle tot so behandelt man doch kein gast ich bin nagmorkes die leiterin dieser station ich hoffe sie haben sie nicht bereits verschreckt es ist nichts persönliches aber wir können uns keine fehler leisten der part finder scheint zumindest bereit es zu versuchen eine neue sichtweise wird uns guttun nun sie haben meine bedenken gehört wir stehen alle unter druck wir sollten uns in meinem büro unterhalten rider besorgen wir ihnen ein aufklärungsschiff die einzelheiten kann ich gerne mit ihrer kollegin besprechen willkommen auf der nexus danke dass sie für mich eingetreten sind hoffnung ist hier selten wir sollten sie deshalb nicht gleich im keim erschienen der kern der hyperion ist jetzt online ich möchte ihnen was zeigen noch vor einer stunde war hier alles dunkel doch dank der energie aus ihrem schiff bleibt das licht jetzt an meine stimme haben sie und wenn die energie verbraucht ist reden sie mit direkt orten sorgen sie dafür dass das nicht geschieht und schauen sie mal bei mir vorbei wenn sie zeit haben krass 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 jetzt haben wir erstmal hier so sehr viel zu tun können sie mal nicht so viel labern bitte jetzt haben wir hier erstmal ganz viel zu tun und das mache ich auch erst bevor ich auf die missionen zu den missionen starte werde ich hier erstmal einiges anlegen können wir kurz gucken das ist jetzt dieser bereich und da ist nichts dann haben wir hier noch ja seht ihr alles nur brauche ich ja nicht so viel guck mal jetzt können wir auch endlich speichern und das tue ich auch so und dann quatschen wir jetzt jetzt geht es natürlich viel ums quatschen 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 aber dann sie haben einen job falls sie ihn behalten wollen tun sie verdammt okay darf ich jetzt reden addition danke und schon habe ich wieder den faden verloren es geht hier auf jeden fall auch darum die leute dann kennenzulernen und die geschichte sich in die geschichte reinzudenken und so und das ist halt eben durch das reden wenn wir jetzt einfach los auch drauf losgehen würden würden wir das alles verpassen und vielleicht sogar neue aufgaben verpassen deshalb mache ich das ganze jetzt hier mit dem quatschen und so und ich mache das gerne wer es keinen bock drauf hat ich brauche es nicht immer wieder sagen aber macht einfach weiter bis das gequatsche vorbei ist also gut was ist passiert mit was es heißt womit und ich meine ihren verdammten vater tut mir leid ich bin müde weil ich mich um alles kümmern muss und im moment will ich einfach nur wissen was mit ehrlich passiert ist nicht wie er starb ich kenne die loks was ist mit dem pathfinder passiert in dem moment hat es mir das leben gerettet aber anscheinend wollte mein vater dass ich die aufgabe irgendwann übernehme sie kann nicht vererbt werden hätten wir eine auf inzucht basierende monarchie gewollt hätten wir die hälfte unseres genpools zu hause lassen können nicht zu hause die milchstraße unser zuhause ist hier dieses chaos wir haben nicht viele optionen rider vielleicht können sie ja beweisen dass ihr vater recht hatte aber verzeihen sie bitte dass ich mir nach 14 monaten gescheiterter kolonisation keine allzu großen hoffnungen mache ja verständlich irgendwie trotzdem mag ich dich nicht es gibt dann noch diese fremdartige technologie studiert die schon jemand wir haben es versucht also nicht ich die genies aus der forschungsabteilung angeblich sind sie auf ihrem gebiet ziemlich gut wollen sie die aktuelle ausrede hören die tech die wir auf dem mars ausgegraben haben war zwar weiterentwickelt aber man musste sie nur anschließen die tech hier hingegen denkt anders ich weiß auch nicht wir sind hier meist aus dem weg gegangen und wenn man den lox der hyperion über alle glauben schenkt war das vielleicht ganz gut so sie hatten in über einem jahr keinen erfolg mit der kolonisation wie oft haben sie es versucht nicht so oft wie sie denken die geißel ruinierte welten exilanten feinde es reicht nicht einfach nur irgendwo einen außenposten hin zu klatschen vorher müssen der pathfinder und sam erkunden einschätzen und inspirieren die initiative hat ein ziel versprochen und andromeda hat nicht kooperiert und wenn es das hätte hätten wir ein wunderschönes utopia die kolonien versorgen sich selbst und unterstützen einander die nexus als citadel nicht unter der leitung von tan und auch nicht unter meiner wie passen sie in die führungsriege der nexus ich überwache die eigentlichen ansiedlungsbemühungen da die anzahl der außenposten derzeit alles andere als ideal ist habe ich nur begrenzten einfluss worauf tan mich immer wieder gerne hinweist ich habe eine durchaus angemessene karriere als amtsleiterin zurückgelassen immerhin in einer provinz hauptstadt nur eine neue galaxie konnte mich davon weglocken und jetzt sind wir hier tun nichts es muss irgendeinen plan für den umgang mit feindseligen aliens geben so naiv können wir nicht gewesen sein wir haben mit leben gerechnet nicht mit einem feind der jeden dialog verweigert sie greifen nicht an sie desinfizieren wir sind für sie nichts als bakterien tut mir leid 14 monate und man fängt an poetisch zu werden so schlimm ist die lage ich weiß nicht wer damit angefangen hat aber wir nennen sie cat kandros weiß mehr darüber vielleicht zu viel sie vertrauen ihm nicht ich vertraue darauf dass er uns verteidigt aber einem wachsenden militärischen einfluss in einer für zivile zwecke gedachten initiative vertraue ich nicht wir sind hergekommen um geschichte zu schreiben rider nicht um sie zu wiederholen ach verdammte poesie sie haben meinen vater elek genannt niemand tut das viele von uns haben sich der initiative wegen seiner vision angeschlossen also dem teil davon den er mit anderen geteilt hat waren sie befreundet oder ich bin nicht ihre neue mutter falls das ihre frage ist oder seine freundin er hat es gehasst dass ich seinen titel nicht benutzt habe aber niemand ist ein pathfinder bis er tatsächlich einen path gefunden hat das ist wie bei einer kolonialdirektorin ohne kolonie sie entschuldigen mich direktor edison rider es heißt pathfinder rider wir verhungern hier wenn wir kein fundament von außenposten errichten um die initiative zu ernähren könnten wir genauso gut seit 600 jahren tot sein alec hat viel versprochen nichts davon ist eingetreten damit sind sie jetzt konfrontiert darum vertrauen ihnen die leute nicht darum vertraue ich ihnen nicht beweisen sie mir dass ich unrecht habe naja wir sind gerade erst mal angekommen da kann uns noch keiner vertrauen des weiteren muss man auch sagen hallo wir sind der einzige pathfinder der anscheinend hier es geschafft hat hierher zu kommen die sind 14 monate schon hier am rumschweben gewesen ich würde sagen wir sind schon ziemlich guten schritt weiter so wir müssen noch mit einigen leuten sprechen ich weiß gar nicht ob es hier welche gibt logbuch ja ja haben wir mal eben so so das ist das das ist das logbuch für die mission wir werden auch kleinere aufgaben bekommen nexus kennenlernen genau das machen wir jetzt alles aber es sieht schon ich finde es so geil diese ich sag jetzt mal aussicht obwohl ich keinen weltraum zeus mag ja und die universum und sowas alles ach so ich hab vergessen zu scannen hallo hallo hier ist nichts hier ist nichts so für alle die es wollen könnte das jetzt durchlesen ja ich weiß dass durch das unangekündigte andock manöver der hyperion einige sicherungen durchgebrannt sind aber das macht nichts es ist mir egal wir wissen dass das problem größer ist als wir dachten und arbeiten daran es zu beheben das ist alles da sind sie ja ich hoffe die anderen haben ihnen das leben nicht allzu schwer gemacht es gibt hier so vieles was erledigt werden muss aber zumindest ist die hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit energie das erleichtert meinem team und mir die arbeit wie sieht die arbeit einer stationsleiterin aus ich war teil des teams dass diese station geplant und gebaut hat jetzt sorge ich dafür dass sie weiterhin funktioniert so gut es unter diesen umständen eben möglich ist mir ist aufgefallen dass hier kaum krogana rumlaufen sie haben noch nicht mit nummer acht gesprochen oder nummer acht tern fragen sie ihn warum die meisten meiner leute gegangen sind er hat bestimmt eine meinung dazu was ich ihnen sagen kann ist folgendes als es zu der meuterei kam wurde eine abmachung getroffen mein clan sollte das problem lösen und dafür im gegenzug ein größeres mitspracherecht in der initiative erhalten warum nennen sie ten nummer acht weil er auf der liste der leute die die andromeda-initiative leiten sollten auf platz acht stand ich erinnere ihn gerne von zeit zu zeit daran nur damit er bescheiden bleibt was wurde aus der abmachung der clan hat seinen teil eingehalten aber ten ist ausgerastet als er erfuhr dass wir mehr mit spracherecht wollten dann hat addisons assistent spender so getan als hätte es nie eine abmachung gegeben es war das letzte und ich kann es meinen leuten nicht verdenken dass sie gegangen sind wir lassen uns nicht mehr benutzen wenn ihr clan fort ist warum sind sie denn noch hier das ist kompliziert die station und mein clan brauchen mich hier welche probleme haben sie auf der nexus die situation ist beschissen wäre eine treffende zusammenfassung einige archen sind verschwunden irgendwelche idioten haben gemäutert und dann haben noch mehr idioten meinen clan beleidigt woraufhin er abgehauen ist und als krönung wurde gian garson getötet die gründerin der initiative was ist gian garson zugestoßen sie wurde bei der geißel katastrophe getötet sie und einige andere anführer tan weiß vielleicht mehr darüber und ich dachte die hyperion hätte probleme als wir ankamen noch was wir können keine außenposten errichten weil uns die nötigen ressourcen und leute fehlen weshalb addison noch angespannter ist als sonst und vergessen wir nicht wie schwer die station bei unserer ankunft beschädigt wurde auch wenn das für manche nur ein unwichtiges detail ist mein team und ich reparieren alles was wir können aber wenn wir nicht bald materialien kriegen sieht es hier ziemlich bald ziemlich düster aus als wir die milchstraße verließen kämpften die kroganer immer noch mit der genophage richtig die genophage ein kleines geschenk das die salarianer unserem volk vor jahrtausenden gemacht haben sie haben uns mit einem sterilitätsvirus infiziert durch das die meisten unserer kinder totgeburten waren nur eins von tausend überlebte kein wunder dass ihr volk ein so großes problem mit salarianern hat manche wunden verheilen nie andererseits haben meine vorfahren es auch provoziert sie wollten die galaxie erobern die salarianer mussten reagieren und sie tragen auch nicht die komplette schuld die salarianer haben das virus zwar entwickelt aber es waren die turianer die es zum einsatz gebracht haben ich hoffe dass das alles vergangenheit ist schuldzuweisungen hin oder her in andromeda geht es um einen neuanfang mein volk braucht das mehr als die meisten anderen was ist mit den kroganern hier in andromeda es gibt kein heilmittel dafür aber bei meinem clan trat eine mutation auf die das virus eindämmt ein natürlicher schutz während der reise hierher wurde bei den kroganern eine gentherapie durchgeführt um die mutation anzuregen solange wir in der stase waren sie haben die 600 jahre also zu ihrem vorteil genutzt die anpassung hatte zeit um sich zu entwickeln ja wir stehen noch am anfang aber ich glaube wir sind auf dem richtigen weg unsere wissenschaftler sagen die überlebensquote liegt mittlerweile bei fast vier prozent und das ist viel besser als vorher jenseits aller statistiken bedeutet das dass mehr kroganische kinder leben werden nur dann hat mein volk hier draußen eine zukunft das war vorerst alles was ich wissen wollte versuchen sie da draußen nicht zu sterben ich werde es probieren ähm sie arbeitet schon daran wir haben die kommandozentrale ganz oben auf unsere prioritätenliste gesetzt ja so wir gehen jetzt hier raus dieses gequatsche ich kann nicht quatschen wenn die quatschen also mit dem aufstand ja was sie da erwähnt hat ich denke mir mal das ist ganz verständlich man kommt an und alles läuft schief es ist niemand da also kein pathfinder den man ja anscheinend braucht hier und ähm da kommt dann natürlich die hoffnung verschwindet die verzweiflung kommt auf und äh dann passiert aus verzweiflung passieren ganz schlimme dinge manchmal und ähm ich muss mal gucken wo ich hin muss hier ist noch etwas achso mit 10 sprechen ja halt dann mal sprechen ja dann müssen wir hier hin hier noch aber noch einiges zu tun aber noch mal speichern und dann gehen wir da hin wie gesagt ist jetzt viel gelaber aber ich möchte gerne äh die nexus soweit es geht fertig machen also neunso die aufgaben fertig machen soweit es halt eben hier geht und erst dann aufbrechen dann weiß ich aber ich hab das erledigt so hier noch eine informationstafel es ist nicht die gleiche wie äh auf der hyperion das äh habe ich auch erst gedacht ist es aber nicht hallo ich bin gian garson gründerin der initiative durch ihre harte arbeit ist die vision der nexus zum leben erwacht sie und alle ihre kollegen sind das band das unsere neuen kolonien voller stolz miteinander verbindet sehen sie sich ihre errungenschaften an und falls sie fragen haben steht ihnen meine tür immer offen gründerin garsons büro befindet sich hier arbeitsplatz nicht zugeordnet wählen sie bitte ein thema lebensfähige planeten die eine besiedlung zulassen sind der schlüssel zu unserem überleben in andromeda die lebensfähigkeit einer welt wird von verschiedenen faktoren bestimmt darunter temperatur ressourcen bedrohungsstufen politische stabilität und so weiter wir haben derzeit nur wenige lebensfähige planeten in unserer reichweite die ressourcenversorgung gilt als gefährdet die estimate will die unten wir haben wir haben wir haben wie wir Vielen Dank.